Es geht weiter mit this land is my land. Jo. Was habe ich letztes Mal gemacht? Weiß nicht. Ich hatte auch irgendwas mit... Da waren so Typen, die haben irgendwelche Granaten geschossen. Und ja... Ich glaube, ich bin... Ach ja, ich bin zuvor zurück und was ich zuvor rausgenommen habe und hab dann auch ein paar Groceries und her geschoben ins Lager. Ja, das habe ich auf Stream gemacht. Jetzt müsste eigentlich das Lage bereit sein, um zerstört zu werden. Das habe ich noch nicht gemacht. Wenn der den Spiegel irgendwann nachgeladen hat. Ah ja. Hallo. Was ist denn das? Warum bleibt immer so? Okay. Ich bin da. War nicht hier mal ein Feuer. Ist das jetzt weg? Nee, das Feuer ist weg. Ich dachte, die bleiben für immer da. Aber irgendwie doch nicht. Ich meine, ich hätte am Feuer noch rausgelockt. Dann war es noch da und jetzt ist es... Juri, hast du das aufgefressen? Ja, da hinten das Lager. Das gehen wir jetzt abpacken. Da haben wir alle Groceries so weit rausgeholt. Die spawnen immer mal wieder nach. Aber ich habe jetzt keine Lust, jetzt noch 10, 20 Mal hier hin und her zu natschen. Ich habe jedem Lager irgendwie so 16, glaube ich. 16 Groceries reingepackt. Für drei Störungen erst mal, ne? Können wir uns... Ach, jetzt. Äh. Ich wollte eigentlich ins Menü und nicht mein Pferd holen. Nee, du sollst draußen stehen bleiben. Ach komm, dann kommst du halt mit. Weg damit, damit sie sich hier nicht wieder einquartieren, ne? Wie beim letzten Ohr. Hier. Ein schöner Anblick. So gefällt mir das. So, da vorne ist mich noch die Händlerhütte, ne? Ich weiß nicht, ob ich... Ob ich irgendwas zum Handeln? Ist ja mein Feuerchen weg, ne? Ich hätte aus dem Feuer vielleicht noch was rausholen können. Also aus dem Lager noch. Aber ich habe jetzt auch gar kein neues Feuer. Ich habe kein neues Feuer ins Pferd gepackt, oder? Habe ich das getan? Leht alles noch so ein bisschen hier. Ähm... Doch, ein Campfeier habe ich schon. Okay. Ja, das ist schön. Ich würde das aber behalten. So viel habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe nur noch zwei oder so in den Camps. Oder drei. Sollte ich mal wieder nachmachen. Ich würde jetzt da oben zum anderen Lager reiten. Gucken, was ich so beim Händler hier verkaufen kann. Wenn wir schon beim Händler irgendwie in der Nähe sind, ne? Können wir das ja auch mal machen. Ein bisschen... Ich habe noch Gold oder irgendwo. Müsste bei Legolas noch drin sein. Ja, und den nehmen wir mit. Du darfst mir folgen. Ja, und eigentlich gerade aus, ne? Da müsste es ein Flöhrchen sein. Ob wir dann den Hügel hochkommen. Nun... Sind wir da lang? Bis du uns zur Seite schubst. Und dann... Dann können wir nicht lang. Okay, dann müssen wir doch hier außen rumlaufen. Guck gerade, ich hatte bei irgendeinem Spiel das ein bisschen leiser gemacht. So, jetzt müssen wir hier das Feuer schon rein, ne? Wenn ich mich recht erinnere... Äh, da vorne, guck mal. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier bei... Oh, ach, hat man da rein zu viel? Wie gut was denn? Da versteht ihr, passt rein. Ähm... Ich schicke mal einen rüber zu Legolas. Dann haben wir da sieben drin. So, ne? Gehst du sogar zu Legolas? Geht ja in ein anderes Lager, senden. Einen. Du kannst dich ruhig aus... Du kannst... Du brauchst dich nicht ausrüsten. Ne, die Waffen, die lassen wir erstmal da drin. Ähm... Vielleicht kann das ja auch manuell dem an was anderes geben, ne? So. Aber ich finde, das kleine Stückchen braucht er sich nicht ausrüsten. Der kann da auch zu Fuß hinlaufen, finde ich. Du brauchst kein Pferde, brauchst keine Ausrüstung. Du gehst einfach los. Du willst das schon schaffen, ich glaube an dich. Muss ich halt in einem Baum verstecken, wenn Feinde kommen. Ähm... Ja. Jetzt sieht... Und da... Legolas. Da müssen noch Wohl drin sein. Und Waffen-Blueprints. Ich nehme die Händler auch die Waffen-Blueprints, die ich nicht mehr brauche. Oh, wie ich irgendwie schon gelernt habe. Ja... 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 Ah... Volt. Ich muss gucken, wie viel ich da mitschleppen kann. Äh... Und das wiegt mir dann ein Kilo. Machen wir voll, ne? Ich nehme alles mit, weil das... Und den Rest kann ich da noch bei... Wenn das Pferd packt. So. Ja. Und dann hätten wir auch noch Ei. Und da kriege ich auch noch Geld für. Muss man da ja nicht drin liegen lassen, ne? Können wir ja alles umwandeln hier. Guck mal. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich das alles loswerde beim Händler. Vielleicht ist das sogar schon zu viel, ne? Vielleicht haben die gar nicht so viel Geld als Gegenwert. Wir nehmen erstmal das Gold mit das Ei ein. Was machen wir dann beim... Beim andern Mal? Äh... So. Gehen wir da los, ne? Ja. So. 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 Ich mag die Steppe, weil die so schön aussieht und man hat so freie Sicht, man kann überall hinkommen. Keine Bäume. Da hast du keine Wand vor Augen. Freiheit. Hallo! Oh, da steht ein Erd im Haus. Der muss doch zu. Ich krieg das hier raus. Wenn ich da jetzt aufsteige, dann lass mal die Tür auf. Ah, wir haben es geschafft. Ich bin euer Retter. Hier, ruhig. Hilfende Hand für den Händlernachbarn. Äh, so, dann fangen wir doch erst mal. Ja, das habe ich vergessen. Komm da raus. Das ist unhöflich. Park da mal. So, der ist jetzt rausgekommen. Okay, dann fangen wir den jetzt erst mal. Hast du was zu handeln? Ja. Also, die hätten auf jeden Fall Waffen. Hm, vielleicht soll ich die Waffen aufkaufen, dass ich dann vielleicht bessere Waffen machen kann. Ich weiß aber, die habe ich hier. Könnte ich dann wieder rein. Kann man denn diese Waffe? Können wir denn die Wachen zum Beispiel? Wir könnten eine Grüne machen, wenn wir jetzt... Ne, warte. Was ist... Grün ist richtig gut, ne? Brauen, Weiß und dann Grünen. Hier. Aha. Kann ich sowas machen? Die kann ich nicht machen. Und die könnte ich... War auch nur Grün, aber Weiß habe ich dafür nicht. Hm, okay. Wäre nicht schlecht, ne? Wenn ich ein paar Waffen mache und meine Krieger im Lager, wenn die Patrouille auf die Patrouille gehen, dass sie sich dann mal Schusswaffen mitnehmen könnten. Ist auch cool, ne? Ja. Okay, ich würde vielleicht so eine Waffe kaufen. So eine? Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon habe. Ist jetzt auch in allen Lagern verteilt, ne? Kann ich da durchklicken? Ja, ne, ne? Leider nicht. Ähm, ich würde sie trotzdem kaufen hier. Kaufen wir auf. Achso, du willst dann erstmal Geld haben von mir, ne? Hier. Hier. Ein Gold. Und ich könnte sogar schon die Waffe hier kaufen. Nehmen wir. Ne, ne, ich möchte das da. Und noch was anderes. Kann ich jetzt nur eins? Vielleicht bin ich mehrere Dinge hier rüber packen. Ne? Das ist, da werde ich wieder beschissen hier. Da werde ich wieder in die Augen hauen, wenn ich jetzt nur eins rauskuchen darf. Ne. Ich muss, glaube ich, erstmal das Geld eintauschen. Aber, ähm, das ist, eingeholt ist keine 300 mehr. Das ist, glaube ich, 800, 900 habe ich letztens bekommen, ne? Das ist gut, erstmal auch eintauschen. Sonst werde ich hier wieder beschissen. Hast du mehr Geld? Ja, nur 300, das ist mit euch. Seid aber arm. Die sind ja auch erstmal aufbauen, ne? Und ich habe die noch nicht so viel Geld hier. Oh, okay, der hatte 600. Nehmen wir. Kann ich jetzt aber auch nur einen Stapel nehmen. Ich glaube, beim letzten Mal war das alles zusammen in einem Stapel, ne? Wir scheißen nicht hier. Das ist super. Alles klar, der ist echt gut genug. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Es wird mir nicht so viel Geld. Aber wenn Sie mich fragen, warum es mir bei uns so自由, als ob es? Wie wär das mir die wirklich? Nein. Ich glaube, dass ich mir zuerst. Und zwar. Wie würde wir das mal allesagern? Ich würde es verraten. Hier würde ich wenigstens 400 für ein Gold bekommen, finde ich jetzt aber auch nicht so gut, ne? Wieso kann ich den da nicht mehr in der Sachen nehmen? Hä? Das geht nicht. Zwei Kiger haben sich Ganderd angeschoben. Oh, muss ich gleich mal gucken. Kann sein, dass da wieder zu viele drin sind. Kann ich nicht das nehmen? Das hier und dann... Ach, ich fühle mich hier beschissen. Okay, dann machen wir das nicht. Dann krieg ich hier mein Gold nicht. Suche ich mir einen anderen Händler. Ich habe das 600 oder so bekommen für einen Gold letztens. Ja, so und so viel dazu. Wo ist denn da der andere Händler? Aber ich gehe jetzt erstmal mein Gold eintauschen. Naja, ich müsste erst mal auf die Karte und gucken, was hier bei Kandabitz los ist. Da geht es sogar. Da waren nur vier Leute drin. Da muss ich hier nichts. Ich gucke mal, ob sie die Waffen-Blue-Prinz haben wollen. Guck mal. Ich hätte da Waffen-Blue-Prinz. Wollte die? Da kann ich nichts dagegen. Oh, die nix. Geben wir nix als Gegenwert hier. Wahrscheinlich nix wert für die. Was ist das hier? Wieso habe ich denn das Elementar? Ich habe vergessen, rüberzuräumen, glaube ich. Tja, gut. Da halte ich, ne? Dann würde ich... Oh, wenn ich aus dem Regen koche. Warte mal, regnet es hier? Jetzt, ne? Okay. Ähm. Ja. Wo bin ich denn jetzt hier? Da bin ich. Ich müsste hier rüberladen. Ich hatte ein gutes Geld dafür. Mein Gold. Jetzt ist sie wieder da. Äh. Ähm. Was ist? Achso, das ist ein Pferdesymbol. Ich dachte schon, es ist hier eine Pferdeherde auf der Map, die angezeigt wird. Die epischen Pferden. Ähm. Ist das mein einziger Händler, den ich aufgedeckt habe, wahrscheinlich, ne? Guck mal, was ist das denn? Das ist neu. Hier war ich wirklich. Hier habe ich noch nicht... Was ist dazu gekommen? Ich bin manchmal echt verwirrt, ne? Ich glaube, das ist neu jetzt irgendwie. Mag ich mich nicht besuchen. Wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Wahrscheinlich hier so lang. Die Straße nehmen und dann könnte ich zum Händler. Dann machen wir das doch. Besuchen wir das. Wenn ich jetzt abgeschossen werde und draufgehe, mein ganzes Gold weg. Ich packe mir noch ein bisschen was ins Pferd rein. Da sollte so ein bisschen was sicher sein. Der kann auch nicht mehr so viel tragen, ne? Ich habe mich schon gewundert, warum. Aber das liegt wahrscheinlich an den Pfeilen, die ich jetzt hier reingepackt habe. Dass ich ihn ins Pferd nicht mehr so viel reinlegen kann. Ja. Geht nur eins? Nein. Okay. Zwei Gold würden draufgehen, wenn ich draufgehe. Ja, okay. Damit kann ich leben. Ja, dann wollen wir los, ne? Ja, dann wollen wir los, ne? Wir werden der Straße folgen. Hier. Wir folgen einfach der Straße rum, links rum. Was wir noch im Weg sehen. Ich hatte ja so ein paar Lager gesehen. Auf jeden Fall die eine Farm hier. Die muss ich mich noch kümmern. Da gibt es bestimmt wieder ganz viele Groseries. Propos Groseries, ne? Ne, ich gehe jetzt mal aus dem Regen raus. Ich wollte mich gucken, ob die Lager das jetzt gefutert haben, was ich denen da reingepackt habe. Und ob die dann endlich auch mal stärker geworden sind. Das hat ja irgendwie so Level-1-Lager. Wo ist ja, ich dieses Event? Das Event-Lager hier, wo die zerfetzten Indianer lagen. Das ist weg. Das hat sich aufgelöst. Das hier habe ich, das hat sich abgefackelt, ne? Was hier vorne stand, hier. Ja. Oder ist das das da vorne? Da müssten Leute drin sein, weil das nicht durchgestrichen ist. Ja, da steht einer. Das ist, glaube ich, was Neues. Ich kriege mich jetzt nicht mit denen an. Ich muss erstmal Gold wegschauen gehen. Ich kann mich jetzt nicht mit denen. Das ist ein Ruhm-Markey, ein Ruhm-Markey. Das ist ein Ruhm-Markey. Ah, das ist es. Man-Fat-Camp. Aha. So, muss ich jetzt hier rechts rum oder links rum? Ah, guck mal hier. Mitten auf der Straße steht das hier. Hm. Ah, nicht ganz mitten auf der Straße, aber nicht da an der Straße. Naja, wir machen es durch den Machen. Oh, da können wir auch speichern. Weißt du nicht, wofür das Speichern? Ich glaube, das bringt nur was, falls ich wieder abspürzen sollte. Wenn ich sterbe, dann fange ich halt ein paar Tage später an. Das hat das Speichern ja keine Auswirkungen drauf. Und wenn ich das Spiel schließe, dann speichert das ja nochmal extra. Wenn man das Spiel beendet, dann speichert den eigenen Speicherstand an. Das heißt, diese zwischen Speicherstände sind einfach nur dafür, dass das Spiel abkackt. Ja, wo muss ich jetzt lang? Sag mal, du bist mein Fährtenleser. Wann dich extra für angestellt. erfährt der 2 jetzt erst jetzt. Aber ist eigentlich nur da der Straße voll. Da sind wir ja schon da. Wo ist die Straße? Da. Das kann man ja nicht mal Straße nennen. Das ist ein Pfad. Das hätte ich wirklich eine Straße. Was ist denn hier lang? Was ist denn in der Höhle? Ne. Das sah so aus, ey. Ganz kurz dachte ich, die Straße führte in die Höhle rein. Sehr cool gewesen, ne? Eine Höhle. Nur so ein Tunnel. Sehr schön. Die Eisenbahntunnels, die kann ich ja nicht benutzen. Ich war ja mal in einem Tunnel weiß, in dem ich Spiel stand. Ich meine, gerade aus dem vorherigen habe ich versucht, in den Tunnel reinzuhalten. Aber das nicht. Was ist das für eine Straße? Das ist ja früh. Gewisch. 10. Achso, und jetzt höre ich den Fuß gerade. Ich wollte auch mal ausprobieren, das mit dem Fischen. Da habe ich mich mit erkundigt. Da kann man ja im Falle Bohren fischen, ne? Lass man einfach drauf schießen. Ja, und das gilt für Fischen habe ich, glaube ich, ausgebildet, ne? Damit die Fische nicht gleich wegschwimmen, wenn man da ein erschossen ist. Und dass man seltenere Fische schießen kann. Angeln kann man das ja nicht nennen, ne? Fische schießen halt. Oh, wir sind da. Hallo! So, den pack ich jetzt erstmal wieder hier. Die Übersetzung ist immer sehr fragwürdig. Na gut. Guck mal hier, 700. So gefällt mir das. Da kommen wir doch ins Geschäft. So. Gucken wir mal, ob es noch jemand hat, äh, so einen größeren Stick hat. Ganz viel Wappen. Guck mal, 900 hier. Äh, da ein Gold hab ich noch? Ja, schön. Okay, dann holen wir uns doch aus dem Fährt was raus. Aber ich werde da gar nicht alles loswerden. Geld haben die gar nicht. Wo ist der denn jetzt hin, der? Oder? Der hat jetzt die 700er. Wo ist der 900er? Der ist abgehauen. Der hat ja still geflüchtet. Flo. Hier sind ja noch mehr. Äh, 300. Oh, die hab ich verarscht. Ist der auch nicht. Ja nicht ich. die 800 neben mir so kriege ich den anderen ob steht mir jetzt hier alle ineinander und mal es ist mir der selbe ja da hat nur noch 100 bismillow ich hier Well, uh, well, yeah, well, I don't know, but if you ask me, I think it belongs in the bathtub. Was geht der 700er hin? Oh, hier 900. Ich denke, ich mache es erstmal hier noch ein paar, wenn ich die 700er finde, würde ich da auch noch was eintauschen. Was kriegst du noch? Ah, komm, der kriegt sogar noch den Blutpunkt hier. Kriegt der noch oben drauf. Jetzt kriege ich hier für ein Gold nur 10 Tonnen Patronen. Was sind das? Teure Patronen sind das auf jeden Fall. Wie, der hat noch eingenommen. Mäh. Na, jetzt. Ja, dann, äh, denke ich, äh, warte ich erstmal wieder, bis wir hier ein bisschen Gold wieder aufgestockt haben. Ja, hat mich gefreut, die Schäfte zu machen. Wie geht habe ich denn jetzt? Vielleicht kann ich ja doch nochmal irgendwie Waffen kaufen. 7200. Guck mal, die sind ja richtig gut hier, die gefallen mir. Aber da habe ich das Rezept noch nicht. Ne, ne? Die habe ich bisher nur gefunden. Ich habe nur die hier in den langen Waffen. Ja, nicht so toll. Hm. Ich ruhig so einen. Oder, äh, ich gucke jetzt erstmal nach Waffen, wo ich, äh, wirklich auch die Rezepte habe. Und das heißt, äh, den hier, wenn er auswählbar ist. Ne, der hat noch, der hat noch so Zeug. Äh, da war noch ein anderer Wappentyp. No. Was sind denn jetzt hier? Ne, der hat nur so Wappen, ähm, Zubehör, was eigentlich auch ganz okay ist, ne? Da muss ich merken, dass wir hier dann herkommen, falls uns was fehlt. Ah, da ist noch einer von euch Waffen. Ja, auch nicht. Der labert irgendwas von der Badewanne. Ja, hab ich schon. Ja, guck mal. Hier. Das hätten wir doch. Dann wohl es nur ein Schuss ist, ne? So ein Scharfschützengewehr oder so. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Ein Schuss, dann brauchen die ewig zum Nachladen, dann sind meine Krieger tot, wenn ich das hier... Das ist auch nur ein Schuss. Na gut, vielleicht, die treffen meine Krieger nur mit einem Schuss und dann ist ja... Geh ich noch tot. Aber wenn das mehrere sind, sind das auch nicht so viel. Na ja, ich komm's kurz mal. Ja, dass ich das nicht erst mal auswählen kann und dann kann ich, äh, Volt reinschaufeln, so vieles wie, wie es halt wert ist, ne? Guck mal. Und hier hab ich das Rezept. Aber nicht das weiß, ich brauch erstmal das weiß. Obwohl, das ist ja ein weißer. 7 x 127. Aha. Ui, der hat auch so ein gutes. Ich würd so auf jeden Fall eins mitnehmen. Und der war... Ja. Aha. Ja. Ich schmeiß das erstmal ein bisschen Geld rein. Schauen wir mal. So. Wie viel lege ich denn da rein? Ich lege da erstmal 1000 rein. Gucken, wie viel ich dafür bekomme. Auf jeden Fall keine Waffe. Interessant. Für 1000 kann ich 300 eintauschen. Hm. Okay. Dann entferne ich das mal noch. Dann legen wir da jetzt... 2000 rein. Hier kriegt man noch keine... Doch, da oben krieg ich Waffen. 2000 kriegst du rein, ne? Richtig. Das ist da sogar schon für 1000 oder 1500. Das ist da auch kein Preis dran steht. Das ist äh... Ne? Aha. Ne? 700 ist ein Revolverwert. Okay. Für 2000 krieg ich mal das an. Ich krieg da auf jeden Fall eine da. Ähm... Was krieg ich denn für 3000? Was nicht? Ich bin gespannt. Oh, wie will das hier werden? Dann machen wir mal 4000. Okay. Oh. 7000. Ja, ne. Das wollte ich jetzt nicht so denken. 4,000. Okay. 4,000. Ist es nicht. Hm. Dann... 5.000. 5.000. 5.000 ist dieser. Einmal Repeater. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mir das ausschreiben soll. Vergesse ich doch wieder. Ich muss mir auch merken, wenn ich Waffen kaufe, muss ich ganz viel Geld mitnehmen. Ich glaube, das kann ich mir merken. Ich will einfach alles mit mir schrauben. Tja. Würde ich den gerne haben. Komm, tausche. Ja. Und das da noch. Das war ja... Neulich 2000, ne? Ja. 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 Genau. 2.000, denke ich. Okay. Den würde ich auch noch mitnehmen. So. Ich bin ein bisschen mein Geld eingetäuscht und es ging das die ganze Zeit auch nur in den Lagern rum. Der bringt ja auch nichts, ne? Nicht für 200, vielleicht noch ein bisschen Munition. So. Ich bin ziemlich viel Munition, ne? Was haben wir denn noch so? Vielleicht bin ich so weit wie Schmied. Lieber Sirup. Medizin. Oh, was so eine Medizin kostet. 100 Groschen bin ich doch dabei, oder? Ne. Ne. 2 Groschen. 200 bekomme ich gerade mal ein destilliertes Wasser. Ist schön. Ne, dann lass das mal. Find ich ja auch immer. Okay. Überladen. Ne. 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 zum lagerfeuer damit wir das da zwölf passen dann nicht mehr rein 11 wir müssen umräumen passt das dann wollen wir mal los nächsten lagerfeuer und was mache ich dann weiß gar nicht noch mal zurück in das einige bieten ob ich da vielleicht was aufräumen kann und jetzt laufen die leute die ich bin durch mein gebiet von den farmen und ich mache mir das irgendwann wieder weil die wirklich gefährlich sind das sind ja einfach nur einzelne personen oder waffe und die nerven halt ich frage mich wo die portrullen immer herkommen hier durch das gebiet laufen ob die auch einen startpunkt haben also irgendein gehöft oder vor wo die sich dann kopieren und wo sie und wo die dann losgeschickt werden zwei interessanten zu wissen das weiß ich jetzt noch gar nicht weil er müsste ich ja gezielt wenn ich diese patrie nicht in meinem gebiet durchsagen haben möchte möchte haben da müsste ich ja dieses vor denke ich es noch mal dann zerstören ja bei es einmal zu einem feuerchen und zurück oder ist auch das fluss der fluss da kann ich da noch mal gucken ob ich arbeiten kann schließen so wie sieht es in den lagern aus die machen alle gar nichts für alle eure aufgaben erledigt das ist eigentlich mit der patrie von aragon ist auch nicht mehr unterwegs ist er der putz ist da passiert was verpasst kann sein dass die ins lager zurück sind nein ich habe mich gewundert warum da einer zu viel war vielleicht ist nicht warum die zurück ist durch die zurück nicht zurück geordert müsste hier auf jeden fall mal neue patrouille formen machen wir das doch jetzt erst mal eine patrouille mit vier klingern ähm gruppe ausrüsten aber ja das da die drauf gehen habe ich halt auch die waffen weg na also ist auf jeden fall dürft ihr nicht dann nehmt euch jetzt habe ich jetzt eingekauft nehmt euch das halt mit aber ich würde euch dann noch mit geben sind ja auch gar nicht so schlecht und dann habt ihr das dann braucht noch heraus erde kriegt natürlich auch dann geht mir von aragon oder ok Okay. Sollten sich welche anschließen? Und es schließt sich welche an? Habe ich ja letztens herausgefunden durch das Essen. Meine ich so herausgelesen zu haben. Wenn ich dieses Essen esse, was ich da gefunden habe. Hast du das schon gelernt? Ich habe das jetzt Mahlzeiten. Ja, hier. Die Prozentklinge versammeln sich hier zum Beispiel. Da brauche ich ja die Fische. Katschraut, Traut. Habe ich jetzt aufgeschrieben? Katschraut, Traut. Weiß ich gar nicht. Ich brauche mal ein Lager, wo ich alle Fische reinschmeiße. Sonst habe ich keine Übersicht. Ich muss jetzt erstmal Fische umlagern. Ich gehe erstmal angeln und dann kann ich immer noch Fische umlagern. Katschraut, Traut. Das brauche ich auf jeden Fall. Was habe ich hier? 75 Prozentklinge versammelt sich. Das ist auch ein Junesacker. Sehr komisch, wie ich habe. Ja. Also auf jeden Fall den Katschraut und Braunskraut. Fische brauche ich auf jeden Fall. Also. Was? 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 Und was war der andere? Der braun noch. Okay. Und dann brauchen wir noch braunen Maschrum. Und hier? Zweitmaschrum. So. So. Dann muss ich da nach Ausschau halten. Und dann noch Backwash. Das ist ja eigentlich ziemlich leicht zu holen. Hätte ich nicht irgendjemanden Pilze sammeln gehen lassen? Auf jeden Fall habe ich in diesem einen Land hier. Da gab es Pilze. Müsst ihr hier ein Lager bauen, damit die Pilze sammeln gehen können? Eigentlich hier. Da wo das Vorstand. Das ist aber noch nicht mein Land. Also müsste ich eigentlich das Land hier einnehmen, damit ich hier in Vorbau, also in Lager bauen kann. Hier wollte ich auch noch eins dazwischen bauen, ne? Da wollte ich erstmal wieder klar. Aber irgendeiner, vielleicht kann ja Frodo, ach nee, Frodo ist dann wieder hier, Frodo Weltperfekt jetzt hier um Pilze sammeln zu gehen. Aber ich habe irgendwie, na, ich bräuchte wirklich noch ein Lager irgendwie weiter außerhalb. Ja, weil ich finde ich die ja irgendwie selber. Guck mal, vielleicht kann Kanda Pilze sammeln gehen. Vielleicht haben die Pilze hier in der Nähe. Guck mal, mal gucken, ne? Oh, die haben, aber Klecks. Warum habe ich die gesammelt? Weiß ich nicht. Für irgendwas brauchte ich das. Naja, haben wir auf jeden Fall. Weiß schon nicht mehr, was das wahre Gedicht ist. Für die Pilze sammeln gehen. Hier die weißen zum Beispiel. Frauen. Frauen haben wir. Haben wir auch weiße. Wein. Aber das war schon umkehrt wahrscheinlich, ne? Na, jetzt nicht so wieder. Ja, sammelt hat erstmal, ich hoffe da. Das findet ihr doch irgendwo. Aber ihr seid mit dem Wald. Im Wald gibt's Pilze. Die wissen auf jeden Fall, wo sie hinlaufen. Die gehen alle nach unten. Und der geht in Rom. Ich glaube, hier gibt's nur noch Pilze. So. Weiße war auch nicht, es war weit Maschrum. Ja, ihr sammelt das falsche. Können wir zurückkommen. Und die haben sogar sieben Stück zum Auftrag abbrechen. Einfach nur den weißen, weißen Pilz, bitte. Sehen. Haben wir sogar 15 schon da. Kann ich da ein bisschen mehr sammeln. Neuer, macht mal. Geht. Wenn die hier hinkriegen, ne? Okay. Und Pippen? Ich glaube, Pippen werde ich. Die haben die Rotblokan gemacht. Die haben kein Holz, ne? Wieso? Ihr habt doch da Bäume. Okay. Recht mal ab. Dann kriegt ihr was Neues. Ihr könnt jetzt die braunen Maschmuster sammeln. Werden sie hoffentlich hinkriegen. Okay. Ja, macht mal. So. Ich gehe jetzt fischen und erst mal zum Lagerfeuer. Sehr hungrig. Was können wir denn essen? Ein Brot. Vielleicht sollte ich dann auch langsamer wieder. Ich hatte, glaube ich, aufgefüllt meine Kantine. Oh, ich weiß nicht mehr. Ah, der wird schon gehen. Lässt mal über hier zum Lager. Und dann gucke ich nach den Kantinen, ob ich da noch was zu trinken habe. Auch ein Pferd, müssten eigentlich noch welche drin sein. Nicht richtig. So, bumm. Oh, ich habe durch Prüfen durchgelaufen. Habe ich meinen Krieger mitgenommen? Nicht. Oh, ich habe durchgelaufen. Oh, ich habe durchgelaufen. Ich habe durchgelaufen. Ähm. Gelegen. Das kriegt ihr auch. Guck mal hier. White mushrooms in Filien. Dafür bräuchte ich auch die weißen Pilze. Ja. Da hatte ich von den einen, äh, mit Europäern da, die die Explosive-Geschosse abgeschossen haben. Und den habe ich die gesammelt. Ja, das kriegst du auch. Ich bin Legolas, das Gold wieder reinpacken. Ich weiß gar nicht. Mich ist so Legolas, das Gold Camp. Und jetzt, äh, bin ich bei Legolas, ja. Ich meine, aber ich glaube, ich habe in irgendeinem anderen Camp schimmelt auch noch ein Geld holt rum. So, so, hast du zwei Kantinen noch so oft, ne? Äh, wo sind denn die... Wo sind denn die anderen Kantinen? Ich habe zwei von denen, weiß ich mal, das grüne Rezept. Kann ich dann eigentlich eine grüne Waffe machen? Kann ich überhaupt das Rezept von denen hier bekommen? 6x374. Halma, repeatermodel, 18,280. Oh, das ist sogar besser, ne? Bitte? Nee, das ist nur sechs Schuss, das ist nur so. So, was wollte ich machen? Äh. Ich habe Aragorn, ich gucke, ob hier Gold drin ist. Aber ganz viel Fische. Oh, ne, Rainbow Trout, ne, die brauchen wir nicht. Ich brauche einen anderen Trout. Brauntrout, hier ist ein Brauntrout. Toll. Ich schmeiße ich bei Gimni die ganzen Fische rein. Der ist am Fluss, oder bei Frodo. Echt bei Frodo. Bei Frodo schmeiße ich die ganzen Fische rein. Brauche ich mich dann, dann da einmal das Essen. Nehmen wir hier mal die ganzen Fische raus. Bisschen aufholen. So, dann gehen wir erstmal die Camps durchmachen. Machen hier eine Fische. Eine Fische. Ich bin da erst einmal. Ich nehme gar keine Fische. Doch. Äh. Mhm. 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 Ja. Ja. Und wir haben viele Fische. Wir haben nicht so viele Fische. Kommt die dann leer. Sind die gesammelt? Seid ihr an einem Fluss? Ne, sind auch keiner an einem Fluss. Kander, bist du an einem Fluss? Kander, bist du an einem Fluss? Oh, wir sind an einem Fluss. Vielleicht fischen die. Ja, ich rufe jetzt trotzdem. Oh, ein Fisch. Oh, gut. Wo du? Wo kommst du jetzt Fisch? Ich freu dich bestimmt. Aber ne, Fisch glaube ich nicht. Ich muss mal gucken, ob bei Gandalf dann demnächst wieder Fisch drin ist. Wenn ja, dann lage ich um. Dann schmeiß ich den ganz Fisch bei der Lauf rein. Wenn die sind wahrscheinlich schon Fischen gehen. So. Hier steht's denn, als ich dachte. Okay, dann haben die jetzt schon mal den ganzen Fisch hier. Ich auflöke. Ich weiß mal da oben, dass da fließen hier. Okay. Oh, ist schon wieder morgens. So, ich wollte jetzt nochmal nach dem Prinken gucken. Guck mal den trinken. Wo hab ich bestimmt die ganzen vollen Kartinen reingeschmissen. Neben hier, guck mal. Wenn ich das da rausziehe. 2, 3 und. Wo kommst du? So, 50. Ja. Das ist auch mal. Wird's essen? Jetzt kann man da auch schon eine Weile in der Sattelstasche rum. Kann man ja auch mal essen, ne? Mh. Was war denn noch zu essen hier? Ich glaube, ich muss irgendwann mal wieder essen. Na, war. Wie geht eigentlich, ne? So, das reicht erstmal. So, ähm. Ja. Bin mal ausgerustet. Geh jetzt Fischen. Ah, guck mal hier. Ihr seht doch schon Fische. Toll. Das ist ein Problem. Okay. Ja. Ich parken wir jetzt erstmal mal da, damit du hier keine Zirkusrunde machst. Äh. Wow. Ja, schon mal gut geklappt. Da schieß ich meine 50 Pfeile für Fischen. Ich muss nicht näher dran. Ah. Schön. Aha. Jetzt genau drauf ziehe ich. Ich dachte, ich muss mich ein bisschen drüber schießen. Aber nein. Direkt drauf. Ach guck mal hier. Okay. Komm mal hier. Ausstellung.